hallo leute und willkommen zu einem weiteren update video hier zu ios 13 und zwar zur version ios 13.6 beta 2 wo war denn die beta 1 naja wir kennen das ja schon es gab keine beta 1 die beta 1 hieß noch 13.5.5 und kam letzte woche raus wer mein video dazu verpasst hat keine panik ich habe gar keins gemacht also von nichts verpasst ich bin einfach nicht dazu gekommen aber jetzt reden wir hier über 13.6 und das ist gleichzeitig ein kleiner rekord es gab soweit ich das jetzt mal im kopf habe noch kein punkt 6 beta update oder update generell also 13.6 das ist schon nummernmäßig ein rekord aber auch nicht so schwierig wenn man hier zweimal irgendwelche nummern überspringt wie apple das er gemacht hat also gut bleiben kein grund zum feiern aber kurios ist das ganze eben schon so also schauen wir mal drüber wie groß war das update hier sieht man wo ich das gemacht habe es ist mit einer größe von 340 50 megabyte gekommen also ich sag mal moderat und von dem speicherplatz hatte ich vorher frei 87,86 und nach dem update 87,98 also da wurde schon ein bisschen was freigeräumt und es gibt auch neue funktionen oder kleinere neue funktionen und die zeige ich euch jetzt mal die eine gibt es unter dem punkt einstellungen allgemein software update da haben wir jetzt den neuen punkt hier oben customize automatic updates also jetzt kann man hier noch ein bisschen mehr einstellen und zwar kann man jetzt hier auswählen dass ios updates automatisch runtergeladen werden ja also sobald ihr mit dem wifi verbunden seid wird das neueste update dann gezogen aber nicht automatisch installiert es sei denn ihr drückt hier unten drauf ja dann wird es automatisch installiert über nacht wenn euer gerät mit dem wlan verbunden ist und am stromnetz hängt also wer das will der kann das anschalten wer nur will dass die automatisch geladen werden und dass man dann sieht ach da ist ein neues update und man will es installieren wann man möchte er kann das auswählen er sagt updates arsch geleckt will ich gar nicht der schaltet es einfach aus finde ich eine gute sache dass hier wäre auch schön wenn man das hier dann ausschaltet dass man gar nicht mehr genervt wird mit irgendwelchen updates aber das kann ich jetzt noch nicht sagen auf jeden fall download updates installieren updates job wer will kann es einschalten das wäre die eine neue funktion die zweite finden wir in der herz app und wo habe ich die hingepackt hier da gehen einmal rein und dort haben wir unten den punkt entdecken wenn wir dort drauf gehen gibt es hier eine neue kategorie die nennt sich symptome und wenn ich jemand drauf gehe ja dann kann man alle möglichen symptome hier angeben die man dann irgendwie man hat akne appetit veränderung bauchkrämpfe body and muscle age was sind das muskelschmerzen oder was ich weiß es nicht genau chills congestion also ihr seht da ist noch nicht alles richtig übersetzt durchfall ermüdung fieber herzschlag hitze wallungen kopfschmerzen bla 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 meine güte eine ganze menge vollegefühl alles mögliche seht ihr kann man hier erfassen und wenn ich jetzt mal sage ich hätte hier naja eine verstopfung kann ich genau sagen wann ich die fand hatte und was hier so symptome sind wo das herkommen kann was man machen könnte vielleicht ja das kann man hier also alles jetzt erfassen so kann man also selbst noch genauer verfolgen wann man vielleicht welches symptomen hatte schlafstörungen wäre so eine sache was man vielleicht aufzeichnen kann runny nose also sogar wenn die nase läuft das ist wer es will oder wir einfach mal hier ein paar symptome sich raussuchen will weil man gar nicht weiß was gibt es denn so alles kann man hier mal reinschauen also eine ganze menge drin symptome können jetzt hier auch erfasst werden und das war's mehr neuigkeiten gibt es nicht ich habe natürlich noch mal den geekbench hier drüber flitzen lassen hier die version oder hier die werte vom dritten juni das war die beta 1 von 13.5.5 und dann sehen wir hier jetzt oben drüber das aktuelle ergebnis und da sieht man direkt schon von 3441 sind wir im single core zurück auf 3358 und im multi core von 6079 zurück auf 6044 das heißt performance mäßig war das hier jetzt keine offenbarung im geekbench 4 aber wir schauen noch mal im geekbench 5 wie sah es denn dort aus genau die gleiche zeitangabe 3 juni war die beta 1 und 9 juni jetzt war die beta 2 und da sehen wir auch im multi core 1423 zu 1420 also weniger unterschied und im single core von 772 zu 712 schon einen etwas größeren aber überall ging es etwas runter mit den zahlen tja leute und das war's das war also die beta 2 von ios 13.6 mal gucken was als nächstes kommt vielleicht von 13.7 die beta 3 wir lassen uns einfach mal überraschen oder ja machen wir also ich wünsche euch einen schönen feiertag freunde und bis zum nächsten mal hier bei me apple cat macht's gut